Leben und Feuer brennen in mir bei jedem Schritt durch die Wüste und ich verzehre mich. Ich möchte Ihnen Gertrude Lucian Berg vorstellen. Verschrecke die jungen Männer nicht mit deiner Intelligenz. Schickt mich weg von hier, irgendwo hin. Bitte. Wie wär's mit Teheran? Es ist das geheime Zentrum der Welt. Es ist wundervoll. Die arabischen Nationen erwachen aus eigener Kraft. Wohl wahr, Gertrude, Darling. Darling. Ob der richtige Mann für Sie schon geboren ist? Gertrude, Sie sind eine sehr kluge Frau. Eine Frau, die sich in Kriegszeiten allein in die Wüste hinauswagt, ist gefährlich. Habe Spuren entdeckt. Dort kommt niemand heraus. Selbst wenn Sie nichts von mir hören, schicken Sie niemanden hinterher. Weshalb bist du hier? Ich sehne mich nach dir. Bitte, mein Herz ist noch nicht bereit. Wir müssen nach Ihren Regeln spielen. Es ist gefährlich, aufrichtig zu sein. Ich fürchte mich nicht. Was reizt Sie an Ihnen? Ihre Freiheit. Die Poesie Ihres Lebens. Wenn ich sterbe, dann nur durch die Hand eures Scheichs. Führt mich zu eurem Scheich. Wo immer du auf der Welt bist und wo ich auch sein mag, wir gehören zusammen. Sie ist die Königsmacherin. Sie ist die ungegrönte Königin der Wüste. Ich trage sie immer im Herzen. Ich trage sie immer im Herzen. Wir sind die Königsmacherin. Die Königin der Wüste. Ich trage sie immer im Herzen. Vielen Dank.